recht herzlich willkommen zurück liebe gaming freunde zu einer brandneuen folge god of war hier auf der playstation 5 ich wünsche euch ein gutes neues jahr und ja recht herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf trend 17 tv wie immer es ist unbedeutend das geht nur mich etwas an und das bezweifle ich gar nicht die klingel kenne ich das ist eine von uns aber die war nicht für dich gemacht weißt du geh zur seite ich kann nicht die frau für die wir sie gemacht haben ich war naja ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen wenn sich herausstellt dass du ihr was angetan hast sie gehörte meiner mutter sie gab sie vater vor ihrem tod feist tot das tut mir sehr sehr leid eine starke kriegerin und eine gute frau na gut ich verbessere diese axt aber niemand hat darum gebeten ja stimmt aber deine mutter sie hätte darauf bestanden dass ich diesen akt des vandalismus behebe den sie erlitten hat durch meinen bruder ich wusste es du bist blocks bruder die andere hälfte des zeichens der blaue ist dein bruder ja doch ich bin wesentlich talentierter das stimmt das stimmt schwörs bei freya mach seine arbeit nicht zunichte verbessere sie einfach nur ja aber kannst du sie bitte da drüben hin hinlegen der griff ist nein schmutzig ja na gut dann ich werde ich werde ja das ist das blut woran arbeitest du doch das ich nenne es den himmelsträger dort auf dem berg wartet ein schatz mit seltenen ressourcen wenn ich ihn abbaue muss ich alles nach unten bringen wie reparierst du ihn ich habe keinen schimmer so lasst auf jeden fall eine bewertung da wollte ich doch gesagt haben am besten daumen nach oben und ja hier geht es so was können wir hier dann überhaupt noch machen hüftrüstung ach du scheiße können erworben werden damit adraus gratus wieder auf den kann steine anzeigen zu lassen ok habe ich jetzt schon ein paar mal gemacht aber irgendwie macht er hier nicht weiter das menü finde ich ein bisschen kacke muss ich sagen ich kaufe dir jetzt einfach mal alles einfacher auferstehungs stein das menü finde ich nicht so geil hier so zauber hacksilber nicht genug ressourcen ok wir sehen uns so ich komme auch so klar wir müssen glaube ich da hinten lang ne ooo So, da hinten ist noch ne Oha Okay Der Kleine macht die alle selber fertig Ihr braucht fast gar nichts mehr machen, ja Oh, die sind aber schnell, ja Okay, wollen wir eben schnell Okay, den nehmen wir auch noch Wo ist denn der andere? Hier muss noch irgendwo einer sein Da oben Den kriegen wir auch noch hin Wo ist er, wo ist er, wo ist er Da oben, oh, da muss noch irgendwo einer rumhocken Da Läuft Komm, sag mal, nicht so streng Okay Hier ist noch was Auch noch was Hacksilber Sag mal Kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir Immer kurz und knackig seine Antworten Okay, jetzt wieder irgendwas mit Gut, dann mal los Okay 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 Und hier So, hier haben wir ein bisschen größeres Feld Und hier haben wir ein bisschen größeres Feld Okay 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 Okay. Noch nicht bereit, leider. So. So, was wir hier ran? So geht's auch, ne? Okay, ein Rätsel wieder, oder? Verschlossen mit Magie. Okay. Da müssen wir hin. Hier sind wir, glaube ich, ne? Hm, und wie kriegen wir das Ding jetzt auf? So, leider nicht. Verschlossen mit Magie. Wie sollen wir den jetzt aufkriegen? Vielleicht müssen wir mal eben ins Tagebuch reingucken. So, ob was drin steht. Gefundene Artefakte. Rüstung. Was können wir da noch machen? Hm, 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 hm. Tja, ich seh hier nix, was man hier... Aber müssen wir wieder zurück, scheinbar. Hier ist ja auch irgendwas. Da können wir schon mal... Ich kann auch noch mitnehmen. Ich glaube, wir sollen wieder zurück, ne? Mal gucken. Finde ich jetzt ein bisschen... Ne, das zählt alles hoch. Man weiß hier manchmal immer nicht so richtig, wo jetzt der Weg lang geht. Okay. Und hier war der Nächste. Ach, da ist noch eine Kiste. Die habe ich auch komplett übersehen. So, müssen wir hier noch irgendwas erledigen? Scheint so. Herstellen. Okay. Hergestellt. Hergestellt. Talisman. Brust auf... Aber ich kann hier ja nix mehr machen jetzt. So. Nicht vergessen. Immer Hände waschen. Ach, ach. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frost. Okay. Komm. 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 So, wir haben auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufgerüstet hier. Hier ging das hoch, ne? Oh. Oh. Da kann man auch noch lang. Okay, gucken wir da mal lang. Was ist da oben denn? Ach, da ist der. Komplett übersehen. Geheimarmschienen. Menü Anzeigen. Da oben ist auch noch irgendwas. Wie kommen wir denn da oben hin? Hier jetzt hingehen. Mal gucken. Da passiert nix. Da kommen wir nicht weiter. Hier ist jetzt noch was. Hmm. Keine Ahnung, wie man da oben rankommt. Hochklettern kann ich hier nicht. Okay. Egal. Gehen wir hier jetzt wieder lang. Da kommen wir scheinbar sowieso nicht weiter. Gehen wir nicht weiter da oben. Ne. Ne. So. Und den hier. Ja, jetzt kommen wir wieder in die Höhle, aber... Ah, hier kommen wir auch lang. Da oben. Hier kommen wir hoch. Oh, das ist eine ganz andere Gegend wieder. Okay. Hey, das war nicht so eine gute Idee. Okay, da kann ich wahrscheinlich die Axt reinschmeißen und dann kann man die ausprobieren. Aha, nicht schlecht. So, hole ich mir erstmal ein bisschen Energie wieder hier. Da ist aber nix... Doch, Hacksilber. Tatsache. Das ist cool. Ja, nochmal versuchen, ja? Geilo. Das ist nicht schlecht. Gute Idee. Wozu ist das jetzt gedacht? Ist da noch... Ach, da ist noch eine Kiste. Guck mal, ob ich da irgendwo langkomme. Ah, hier ist auch noch eine. Erstmal wieder zurechtfinden hier. Geheim Schulterwickel. Cool. Da komme ich nicht runter, ne, oder? Da ist auf jeden Fall... Gucken, ob wir da auch noch was mit erreicht. Aha. Okay. Und damit können wir dann natürlich diesen hier wegmachen. Ne, Moment. Der hat noch nicht richtig getroffen. So. Jetzt würden wir da rankommen, wenn wir jetzt wissen, wie wir da rüberkommen. Aber da... Geht da nicht rüber. Vielleicht kommen wir da irgendwie von hier ran. Oder hoch. Da schon ganz gerne ran an die olle Truhe. Ah, hier, Moment. Oh, du Scheiße. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Vieh? Oh, voll den Arm gebissen. Oh, voll den Arm gebissen. Ach, du Scheiße. Ich bin bereit. Was ist das? So, ich muss mal ein bisschen Energie haben So, erstmal die kleinen Viecher alle weg machen Okay Ah, weg ist er Nur noch zwei Oh Okay Das hier noch explodieren ist ja mega Alter Schwede Das ist ja mega So, mein Lieben Richtig wieder spektakulärer Kampf hier gewesen Schade Moment, dass wir da irgendwie nicht rankommen an die Geschichte hier Mal gucken, ob wir hier noch was Ah, da her weht der Wind Da geht die Alles klar Perfekt So, die Kiste holen wir uns jetzt auch noch Sehr schön So, alles abgeräumt hier, würde ich sagen Angriff des weißen Bären Ausgerüstet, sehr schön So Meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp Und in der nächsten Folge geht es hier natürlich spannend weiter Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da Am besten Daumen nach oben Und vergesst das Abonnieren nicht Abonnieren ist immer noch kostenlos Und macht verdammt reich und schön Bis zum nächsten Mal Wir haben jetzt einen Berggrund entdeckt Genau so ist es Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao